Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time again! Gilde Nummer 1 gegen die Adal Swimmers. 5-5-3. Jo, let's get ready to rumble! So, ja, dann würde ich sagen, dann legen wir doch einfach mal los. Gilde Nummer 1 gegen Bilbo 88. Gilde Nummer 1 gegen Bilbo 88. Ich glaube, ich habe das falsche Deck drin. Ich glaube, ich habe das Buro Bu-Deck drin. Horsecam, kabellose Audiosender und so weiter. Klassische Karten für das Buro Bu-Deck. Da muss ich erst mal das Deck wechseln. Auchen. Auchen. Ja. Jón, 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 Jón. Gegen wen treten wir jetzt an? Jón, 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 Jón. So, jetzt haben wir schon genug Schaden vorne auf der 1. Dürfte jetzt prinzipiell gar nichts mehr passieren. Okay, wir schauen wie eine glatte 100. Ja, die kämpfen auch noch fleißig. Nur eine halbe Stunde Zeit. Das haben wir noch nicht safe gewonnen. BMF Chevy 511. Oh. Oh. Oh, hat noch nicht gereicht. Ah, guck, ist egal jetzt. Ist wurscht. Täglich fünf Kombos spielen. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir deutlicher gewinnen werden. Ein bisschen irritiert gerade. Kart Supervies. Ja. 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 Prinzipiell reichen für eine glatte 100. Vielen Dank. 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 This is the flux cap. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.